Musik Am Freitag, den 18. Oktober, war es wieder soweit. Nach dem großen Erfolg in den letzten drei Jahren fand bereits zum vierten Mal die kultige S-Budget-Party in der Werkstattbühne in Prägenstadt. Und das mit keinem geringeren Gastgeber als den bekannten Sparbörserl. Wir haben einen riesigen Erfolg mit dieser Dose, mit den S-Budget-Energy-Drinks. Und der Erfolg kommt vor allem aufgrund der jungen Leute, wo das ein richtig trendiges Produkt ist. Und die ganzen S-Budget-Produkte tun uns richtig gut. Das ist echt etwas für die Jungen, die ein bisschen sperren müssen. Und die S-Budget-Party ist eigentlich auch unter dem Titel gelaufen, dass man mit wenig Geld eine super Party führer kann. Und das machen wir jetzt das vierte Mal. Und wenn wir sehen, das ist das vierte Mal ein Riesenerfolg. Das ist bumsvoll. Und ich glaube, die Leute haben eine Gaudi da. S-Budget und das kultige Börserl luden erneut alle feierfreudigen Vorarlberger ab 18 Jahren zur ultimativen Nacht in der Prägenzer Werkstattbühne. Auch dieses Jahr konnten 2000 Partybesucher verzeichnet werden. Für perfekte Unterhaltung und tolle Stimmung sorgten wiederum der österreichische Top-DJ Alex List mit seinem Mega-Paket an Party-Hits und die Tanzgruppe Nevertheless von Move4Style. Die Erklärung, warum ich immer wieder gerne nach Bregenz komme, ist das, weil es einfach sensationell abgeht. Also diese Halle gibt es sonst nirgends in ganz Österreich. Es ist jedes Mal so ein komisches, geiles Gefühl, da reinzukommen, weil es so groß ist. Und trotzdem jedes Mal aufs Neue noch mehr Leute da. Also es ist jedes Mal, wenn ich weiß im Kalender, Bregenz steht am Kalender, dann bin ich sofort da. Und ich freue mich total, weil es jedes Mal ein Wahnsinn ist. Einer der Highlights des Abends war natürlich auch das Gewinnspiel in Form eines Fotokarussells, bei dem sich der glückliche Hauptgewinner über einen Reisegutschein im Wert von 300 Euro freuen durfte. Der absolute Hit bei der Feier war, dass alle alkoholfreien Getränke absolut kostenlos waren. Von der Cola bis zu den verschiedenen SPJ Energy Drinks, welche in vier Geschmacksrichtungen angeboten wurden. Okay, wir machen das hier jetzt zum vierten Mal. Angefangen haben wir mit ca. 1500 Leuten. Wir schätzen, dass heute einmal um die 2300 wieder da sind. Und man sieht, die Bude ist schon voll und es macht echt voll die Gauden. Es ist einfach super, jetzt mal mit den Partnern zusammen zu arbeiten. Hunde in der Werkstattbühne, die Location ist der Hammer. Und mit der Berichterstattung zusammen mit dem Wann und Wo kommen noch wahnsinnig viele Leute. Und das freut uns eigentlich halt. Die Stimmung an diesem Abend war ausgelassen. Alles in allem war diese Party auch in diesem Jahr wieder ein voller Erfolg. Zudem auch die Unterstützung der Sponsoren beigetragen hat. Also es gibt nichts Schöneres wie Menschen aller Altersgruppen vereint. Von 14, sorry, von 18 bis 77. Also eine wunderbare Atmosphäre hier. Und ich bedanke mich bei allen Menschen, die gekommen sind und für das Organisationsteam. Also eine Sache, die sich sicher wiederholt. Wie jedes Jahr konnten die SBJ-Partygänger mit einer gültigen Eintrittskarte gratis zum Event und anschließend auch wieder nach Hause fahren. Denn die Benutzung von allen öffentlichen Verkehrsmitteln des Verkehrsverbundes Vorarlbergs war an diesem Abend mit gültiger Eintrittskarte gratis. Und alle, die die Party länger genießen wollten, konnten mit dem Gratis-Sonderzug um 3.30 Uhr nach Hause fahren. Bis zum nächsten Mal.